Zeit für Upcycling. Wir haben einen halben Baum, einen Fensterrahmen und was ist das? Das ist eine Biese und das ist Automobilleder. Was wir daraus machen, könnt ihr euch jetzt angucken. Da bin ich mal sehr gespannt, was es am Ende geben wird. Wir können hier... Das sagen wir an der Stelle noch nicht. Alles geschliffen, alles poliert. Und spätestens jetzt weiß auch keiner mehr, was wir hier vorhaben. Los geht's. Das ist super. Das haben wir krass gut hingekriegt. Voll gut gemacht. Du siehst, wie man mit so ein paar Stöcken einem alten Fensterrahmen und ein bisschen Farbe so viel rausholen kann. Nothing is ever wasted. Vielen Dank übrigens, dass du mir das noch nach Hause bringst. Auf gar keinen Fall. Ah, come on. Nu.